Heya Ihr Sternstuppen Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins zur nächsten Episode und damit zur nächsten wo zur Fortsetzung des Spiels sagen wir lieber so beim letzten Mal haben wir in der Episode 4.3 wo ist Muton Roshi gespielt wo wir auf Tischi getroffen sind die erst überzeugen mussten dass wir ihr nichts Böses wollten und dann haben wir uns auf dem Weg zu Muton Roshi gemacht der allerdings den Fächer verlegt hat und deswegen naja jetzt selbst mit uns mit kommt wir machen weiter in der nächsten Episode und 2.4.4 das Rangevu Muton Roshi hat vielleicht gebraucht um das Feuer zu lösen aber wie ja das werden wir jetzt herausfinden werden wir das herausfinden oder wollen wir noch was verkaufen mal gucken wir brauchen Muton Lobby nix nein nein ich glaube nicht ich kann natürlich nochmal Figuren kaufen aber beim letzten Mal haben wir kein Geld gekriegt deswegen legen wir los mit Episode 4.4 ja wie sich herausstellt hat Muton Roshi den Fächer deck geworfen mit dem man den Brat von Berg löschen könnte und so was kein magischer Fächer schon gut Muton Roshi sagte er würde das vorher selbst löschen na bitte da ist er Muton Roshi Muton Roshi du bist es wirklich wie geht es dir äh hallo naja nicht so besonders gut entschuldige Vater als wir ihn gefunden haben sah er noch anders aus ja in der Tat das ist also der Brat von Berg er hat schon etwas aber eins nach dem anderen ich habe viel über dich gehört du alter Ochse Leuten wegen eines dummen Schatzes einfach weh zu tun dank mal so seinem Meister es tut mir so leid Meister ich bitte um Vergebung ich bin unwürdig bitte Vergebung Gnade nun hör schon auf zu quasseln ich vergebe dir und du willst mir erzählen dass du das Feuer nicht selbst löschen kannst was ist los bist du schon eingerostet hm hey kleiner was ich kann dir das Feuer löschen aber nur unter einer Bedingung Bedingung nämlich hm sicher kein Problem gut das war einfach was für eine Vereinbarung welche Bedingung was redet ihr beiden da was will er denn jetzt von ihr sag es ihr Son Goku also er will mit dir spazieren gehen was wie ein Rendezvous auf gar keinen Fall ich weiß nicht wie er auf so etwas kommt alter Mann nein unser Freund hier meinte du würdest mit mir einen Spaziergang auf einer Insel machen wenn ich das Feuer lösche was ist schon dabei nur ein Spaziergang sei still der hat wieder keine Ahnung was das bedeutet ich kann natürlich auch einfach wieder gehen also gut ein Spaziergang aber mehr nicht mein Herr ich tue das nur damit die Flammen gelöscht werden wenn du das tust werde ich mit dir spazieren gehen aber nur ganz kurz also das zuerst das Feuer ja na also sie hat's kapiert versprich es mir warum passieren solche Sachen immer nur mir bist du attraktiv hast du selbst gesagt du sagst dir selbst du bist die Schönste deswegen passiert das ja ok es ist Zeit für eine kleine Abkühlung hört sich gut an vielen Dank was macht er denn da hopf schafft er das wirklich ok los geht's was was wird das regentanzer was uuuh du bist du bist auch der z der du bist du willst du bist du bist du bist ich du bist Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, hab ich dir gar nicht zugetraut, dass der so drauf ist. Das ist also das Kamehameha, ja so hieß das glaube ich, ja gut das ist eine begrübte Attacke glaube ich bei Dragon Ball, sagt mir auch was, aber dass die hier zum ersten und anders kam, wusste ich nicht. Puh, das war's, er hat's geschafft ey, das ist unglaublich, äh Muttenroschi, also das Feuer ist aus, aber, ja was denn, aber der Berg und mein Schloss, was, ist weg. Wie, was, ist weg. Hm, nicht schlecht für einen alten Mann, ich bin wohl doch nicht so, ich bin wohl doch nicht eingerostet. Hä, unfassbar. Das war unglaublich, kannst du mir beibringen, wie man das macht? Sicher, aber es dauert 50 Jahre, um die Kamehameha Welle zu lernen. Oh, 50 Jahre, ich versuche es trotzdem mal. Wow. Na also, na also, aber das kam nicht annähernd an das heran, was Muttenroschi gemacht hat. Nee, aber das ist doch, dass du ihn kriegst. Was? Ausgezeichnet! Du bist wahrlich Son Goans Enkel. Was? Son Goku ist Son Goans Enkel? Das wusste er gar nicht, natürlich nicht. Wobei mir einfällt, Son Goan hat einmal von einem Kind erzählt, das einen Schwanz hatte. Sag mal Junge, wie geht es deinem Großvater? Er ist vor langer Zeit gestorben? Wirklich? Oh, ich verstehe, das tut mir sehr leid. Hey, ich habe eine Idee, komm mit mir mit und ich trainiere dich persönlich. Wenn du hart genug trainierst, könntest du eines Tages besser werden als ich. Wow, es wäre eine große Ehre für mich, beim selben Meister zu lernen wie Großvater. Aber jetzt müssen wir ihn nach dem Dragon Ball suchen, der im Schloss ist. Son Goku, suchen wir ihn. Na du nicht, Brima, oder? Ich dachte, er hat noch einen Spaziergang vor. Ah ja. Eine Sackgasse? Diese Wand sieht nicht sehr stabil aus. Son Goku, kannst du sie einschlagen? Ich habe alles versucht, Schlagen, Treten, Kraftstab, nichts zu machen. Hm, was sollen wir nun tun? Warte mal, wie heißt nochmal das Ding, das du gelernt hast? Kamehameha, was ist damit? Ein Versuch ist es wert. Berührst Son Goku im Schlagmodus schnell zwei Mal nacheinander und er nimmt die Pose Kamehameha ein. Nein. Die Silben Kamehameha und Me erscheinen. Berühr sie nacheinander, um den Angriff aufzuladen. Je länger du die einzelnen Silben berührst, desto stärker wird der Angriff. Er kostet jedoch auch mehr Ki. Zweimal. Aha. Wenn du die vier Silben berührt hast, berührst du das Ziel. Und Son Goku macht eine Kamehameha. Wenn du den Bildchen weiter berührst, setzt Son Goku die Kamehameha. Oh Gott. So lange fort, bis er kein Ki mehr hat. Von Goku beherstellt die Kamehameha. Achso. Ahja. Ok. Ich hab hier was. Jetzt war es gar nicht mal so schwer, alles zu lösen. Ahja. Danke, Brümer. So. Die Zeit muss sein. Aber man kann ja auch noch bewegen. Ahja. Ahja. Ok. Jetzt haben wir es kapiert. Ok. Dann haben wir hier. Du hast einen Ki Teil für Son Goku bekommen. Na Ki. Mehr Ki kann man gebrauchen, denk ich mal, bei der starken Welle. Dann muss man bestimmt irgendwie auch einsetzen früher oder später. Ähm. Ja. Wir können jetzt nur gerade hier lang. Bah. Ja. Das ist eigentlich so normal. Ja. Nej. Ähm. Ah, der geht doch. Ah, kann man auch mit der Kamehamehawelle? Ja, kann man. Mieieieie. Jaaa. Man kann nicht nur die Zeit nehmen, aber dann. Ah, bringt mir nix. Hat ja nie so viel gebracht, wie ich mir erhofft hatte. Ich kann alles damit jetzt hören. Alles. Leider halt nicht, na gut. So, dann war's dann hier. Weiter geht's. Irgendwann muss ja der Dragon Ball stecken. Aha, das nächste Verliese hat er noch auf uns. Wie sieht's eigentlich aus mit unseren Fähigkeiten? 5000 haben wir jetzt. Kamehameha. Ein kräftiger Energiestrahl. Er kann große Felsen mit nur einem Angriff zerstüren. Dann nehmen wir wahrscheinlich das hier. Die Schlag Combo 5000. Ja, mach ich mal maximal. Dann haben wir das auch fertig. Ja. Das wäre der nächste, den ich gerne machen würde. Level 3 wäre das mit 3000. Das muss alles die Zeit sein irgendwann. Aber jetzt noch nicht. Wenn du das heute auf die Karte gucken kannst. Uh. Ganz verzweigt. Radar. Irgendwo zeigt das an. Na gut. Na gucken wir mal was wir hier so finden. Ja, Bulma kriegt die Marliesenergie. Krieg ich auch was? Ne, ich krieg aber Geld. Na ja. Besser als nix. Aua. Hm. Ah ja. Okay. Okay. 110i bekommen. Super. Okay. Ähm. Wollen wir mal jetzt da lang. Wir haben mal kurz hier. Kommen wir hier ohne weiter. Okay. Ah. Ich hab das Gefühl. Dass ich hier mein Kamehameha brauche. Ja. Sollte eigentlich das auch. Sollte erreichen. Ja. Sollte erreichen dafür. Äh. Wo gehts jetzt denn? Mal geradeaus. Ah. Widerlingsenergie. Für. Brümer. Wer hätte das gedacht? Na. Gucken wir auch nicht weiter. Frustrierend. Ah. Was erzähl ich dann? Kann doch hier rein. Me. Ha. Me. Ha. Genau. So geht das. Das reicht mir doch. Ah. Da gibt's noch. Oh. Da gibt's noch. eine Figur für uns. Du hast die normale Figur Tyrannosaurus erhalten. Aber die nicht schon. Ha. 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 Na das ist. Also meinst du damit hast. Du hast eine Chance damit. Na. Nie mit mehr. Ok. Jetzt geht's weiter nach unten. Hier viel zu entdecken. Hier. Man weiß ja wie das ist. Ah. Lebensenergie für mich. Ja. Wer hätte das gedacht? Dass es sowas noch gibt hier. Lebensenergie für mich. Na cool. He. Ok. Brümer. Geh nach unten. Das heißt. Ich geh nach. Dahin. Hm. 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 Sollte man ein lockerer Problem, dass die Tür durchbrechen kann. Oder? Aber ich hab das Gefühl, das geht so nicht. Was ist das denn? Eigentlich ist doch ein Witz. Man kann ganze Berge mit zerstören. Aber nicht. Na gut. Ich muss so nach unten. Na gut. Dann geht's halt da lang. Ah ja. Nee. Ah. Nee. Ah. Nee. Nee. Was reicht denn da noch? Was macht Brümer da hinten eigentlich? Keine Ahnung was er da macht. Auf jeden Fall. Kriegen wir 110 hier zusammen. Oh. So. Ok. Was machst du denn mal da hinten? Wie läuft der hinten hinten? Warum geht's hier nicht weiter? Ist ja noch blöder. Die kann ja nicht springen. Es stimmt ja. Die hat ja Angst. Ok. Die Tür ist auf. Nur die? Na gut. Die Tür nehme ich auch gerne. So ist ja nicht. Ähm. Ok. Hier gibt es noch Lebensenergie. Heißt nur. Dann gehe ich mal hier lang. So. Noch ein Felter. Für diese Tür. Das ist glaub ich die Tür die rausführt. So ne. Also die weiter geht. Alles kein Problem für uns. So. Ok. Kamehameha. Kamehameha. Ja. Funktioniert auch ganz gut. Ah ja. Hm. Hm. Wie ihr erwartet hat das funktioniert. Gutes nicht. Warum nicht? Kann ich nicht. Du wirst dich doch mal durch. War das so ne Tür. Aber wie krieg die denn auch? War das so ne Tür. Es war nur ne Trüben. Halt meinte ich. Ah. Wir haben mal. Was. So muss ich jetzt lang? Achso. Und da dann in die Richtung. Weil das ist ja dann die Tür. Aber wie komme ich da denn durch? Hm, gute Frage. Weiß ich mir auch noch nicht so genau. Naja. Über Außenrum gehen. Sicherlich ne bessere Idee. Ok, haben wir hier. Die Goldene Figur. Du hast die seltene Figur schon gut gehalten. 9 und 1. Na, sehr gern. Gern gesehen. So. Ok, wie krieg ich jetzt diese... Also, für das geht es wahrscheinlich gar nicht. Vermute ich mal, dass du eine andere Technik überlernen musst. Um die Truhe zu kriegen. Vermute ich mal. Oh, ich muss noch mal raus und noch mal rein. Dann probiere ich das gleich nochmal. Ah, ja. Ich komme hier jetzt lang. Also muss ich mich um andere Sachen kümmern. Lass mich mal einer. Okay, wo immer. So, gehen wir mal hier nochmal hin. Okay, nochmal zurück. Ja, ich gehe nochmal da jetzt hin. Ich kann ja nicht bewegen. Aber ich versuche nochmal durch... 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 diesen Schalter umzulegen. Ich kann ja nicht bewegen. Das ist mir schon klar. Aber da war ja noch so ne Vaas in dem Raum. Deswegen, vielleicht kann ich mit damit was machen. Das geht mir tatsächlich. Ja, die Schmerzen müssen halt mal sein. So, dann können wir doch die Truhe. Okay, dann bin ich doch zufrieden, du hast ein Keyteil für Boomer bekommen. Ja, hätte ich mich sonst geärgert. Aber nur mit dem Klanzler ein bisschen. Wie der Fall hätte man mit dieser Truhe hätte kriegen können. Also hab ich es ja gekriegt, alles in Ordnung. So. Dann nochmal hin, nochmal durch hier. Was noch nix? Gleich heut. So. Und ein paar Vasen mal ab. Was macht die da? Was macht Boomer da hinten? Dann los ich aber nicht mehr. Aber man kann es nochmal probieren. Können wir nochmal was rausholen. An Erfahrungspunkten. Halt, das ist falsch. Muss ja da hin. Muss ja dort hinlaufen. Können wir weitermachen. Ich bin hier doch fertig geworden. Na. Alles gut. So, wir sind auch in der Karte. Wir haben hier die Wahl. Dass man nach oben geht. Als erstes. Gehen wir hier lang. Gucken, ob wir landen. Hier die Menge Schalter. Was ist das? Okay, funktioniert auch so. Gut.